Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Fußballquizzes. Ich weiß, es gab es schon lange nicht mehr, aber jetzt ist es wieder drin. Ich sag's nochmal, dieses Spiel dient nur der Unterhaltung. Es gibt hier keine Gewinne oder ähnliches. Es dient nur der Unterhaltung. Ihr könnt hier nichts gewinnen. So viel auf jeden Fall dazu. Es dient hier nur der Unterhaltung. Es werden heute wieder fünf Aufgaben sein. Wer meint, die richtige Antwort zu haben? Ihr könnt über die Kommentarfunktion mitspielen. Wie gesagt, nochmal einmal zu erwähnen, es gibt hier nichts zu gewinnen. Es dient nur rein der Unterhaltung. Dann wollen wir auch mal mit der ersten Aufgabe starten. Und zwar suchen wir dort einen Fußballer. Und zwar steht da, welchen Fußballer suchen wir? Ich spiele in Nordrhein-Westfalen. Ich habe im Ausland gespielt. Mein Nachname beginnt mit B. Wer meint, die richtige Antwort zu haben, schreibt diese gerne in die Kommentare. Welchen Verein suchen wir? Ich bin ein Drittliga-Gründungsmitglied. Ich komme aus Norddeutschland. Tobias Dufner hat schon mal bei mir Fußball gespielt. Wer meint, auch dort die richtige Antwort zu haben, gerne in die Kommentarfunktion schreiben. Nochmal. Welchen Verein suchen wir? Ich bin ein Drittliga-Gründungsmitglied. Ich bin aus Norddeutschland. Tobias Dufner stand schon mal bei mir unter Vertrag. Dritte Aufgabe. Welchen Fußballer suchen wir? Ich bin ein Spieler der Regionalliga. Ich habe Auslandserfahrung gesammelt. Ich besitze zwei Staatsbürgerschaften. Noch einmal. Welchen Spieler suchen wir? Ich spiele in der Regionalliga. Ich habe Auslandserfahrung gesammelt. Ich habe zwei Staatsbürgerschaften. Ja, das ist jetzt so ein Klassiker, den ich jetzt auch immer mit reinnehme. Ich weiß, er hat nichts mit Fußball zu tun, aber da bin ich mir wirklich gespannt, ob man wirklich diese Aufgaben mal wirklich lösen kann. Und so suchen wir Tiere mit S und A am Ende. Also Tiere, die ein S in ihrem Namen haben und ein A am Ende. Wer da etwas meint, das finden zu können, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Die kreativsten Antworten bekommen ein Herz von mir. Ja, also der YouTube-Kommentar bekommt von mir ein Herz. Ja, und dann ist es auch schon die letzte Aufgabe. Ein Ochse gibt am Tag zwei Liter Milch. Wie viele Liter Milch geben Ochsen in fünf Tagen? Wer da meint, ich gebe mal so einen Tipp, man muss ein bisschen um die Ecke denken. Ja, da was wissen zu können, schreibt es gerne in die Kommentare. Das war es von der Ausgabe des Fußballquiz, bis zum neuen Video und tschüss.